Musik Hallo, guten Morgen. Morgen. Wir fahren hier bei schönstem Sonnenschein und gutem Wetter nach Frankfurt auf dem Flughafen und fliegen von dort aus los nach Antwerpen in Belgien. Denn unser Autohaus hat den Toyota Ichiban gewonnen. Der Ichiban ist der europaweite Kundenzufriedenheitspreis von Toyota. Und Ichiban kommt aus dem Japanischen und heißt so viel wie der Kunde zuerst oder in unserem Sprachgebrauch. Der Kunde ist König. Unser ganzes Team ist besonders stolz darauf, dass wir den Preis gewonnen haben. Und wir freuen uns auf den Tag und sind gespannt, was uns so erwartet. Musik 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 So, jetzt geht's los. Jetzt sehen wir ein bisschen schicker aus wie heute Morgen. Und jetzt schauen wir mal, was uns erwartet bei der Preisverleihung. Genau, jetzt gehen wir erstmal zum Fotoshooting und danach dann noch zum Galate. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.